Guten Abend und herzlich willkommen zur Veranstaltung Scenery of Freedom in Taiwan, der Weg zur Demokratie. Mein Name ist David Demes, ich bin Doktorand am Institut für Soziologie der National Tsinghua University in Taiwan und schreibe als freier Journalist unter anderem für die Berliner Wochenzeitung Jungle World und verschiedene taiwanische Medien. Der heutige Abend ist die Auftragsveranstaltung der Veranstaltungsreihe Archive im Fokus, welche die Robert-Havemann-Gesellschaft gemeinsam mit dem Stasi-Unterlagenarchiv veranstaltet und die jeden Mittwoch um 18.30 Uhr auf diesem Kanal stattfindet. Der heutige Livestream ist außerdem eine Kooperation mit der Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Veranstaltungen über Archive im Fokus sind Teil der Reihe Campus Forum, der Diskurs in der Stasi-Zentrale, die vom 25. Mai bis 24. Juni vom historischen Ort der einstigen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, dem heutigen Campus für Demokratie, gestreamt wird. Unsere heutige Veranstaltung dauert ungefähr 90 Minuten. Sie haben während des Gesprächs die Möglichkeit, über die Kommentarbereiche bei Facebook und YouTube Ihre Fragen zu stellen. Zudem können Sie Ihre Fragen auch per E-Mail einreichen. Schreiben Sie uns unter veranstaltungen at bstu.bund.de. Die Fragen werden moderiert und an mich weitergeleitet und zum Ende der Veranstaltung beantwortet. Bevor wir beginnen, ist es mir eine persönliche Freude, unsere beiden Diskutanten für heute Abend vorzustellen. Unser Gastgeber hier in der Stasi-Zentrale ist der ehemalige DDR-Dissident und heutige Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Herr Roland Jahn. Herzlich Willkommen. Hallo. Außerdem begrüßen wir den Vertreter Taiwans in der Bundesrepublik Deutschland, seine Exzellenz, Professor Xie Zhui. Ein herzliches Willkommen auch an Sie. Ich grüße Sie alle herzlich. Analog zum heutigen Gespräch planen die Taipei-Vertretung in Deutschland und das Stasi-Unterlagenarchiv eine Fotoausstellung des Fotografen Song Longchen. Er begleitete die Demokratiebewegung in Taiwan zwischen 1986 und 1989. Seine Bilder zeigen Szenen des friedlichen Widerstands gegen die Militärdiktatur, der zu einer schrittweisen Demokratisierung des Landes führte. Die Ausstellung wird in der Stasi-Zentrale Campus für Demokratie zu sehen sein. Informationen zur Ausstellung finden Sie demnächst auf der Webseite des Stasi-Unterlagenarchivs. Als nächstes möchte ich für alle, die sich vielleicht mit Taiwans Geschichte nicht so ganz vertraut sind, eine kurze Einführung in die schrittweise Demokratisierung des Landes geben. Taiwan war bis 1945 eine Kolonie des japanischen Kaiserreichs. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs übernahm die Republik China unter Führung der Guomindang die Kontrolle über die Insel. Viele Taiwaner erhofften sich nach dem Abzug der japanischen Kolonialherren mehr Selbstbestimmung und politische Teilhabe. Die Hebel der Macht sowohl in Politik als auch in der Wirtschaft waren aber fest in den Händen der chinesischen Neuankömmlinge unter Führung der Guomindang oder KMT. Sie müssen wissen, die KMT befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem heftigen Bürgerkrieg mit den Kommunisten Mao Zedongs. Taiwans Landwirtschaft und Industrie mussten sich den Kriegsanstrengungen in China komplett unterordnen. Die daraus resultierende Mangelwirtschaft und Arbeitslosigkeit, gepaart mit weitverbreiteter Korruption und einem Mangel an Disziplin unter den chinesischen Soldaten, führten zu vielen gesellschaftlichen Konflikten. Im fehlvollen ... 228-Massaker mit militärischer Gewalt niedergeschlagen. Wie viele Menschen genau während der anschließenden Säuberungsaktionen ums Leben kamen, ist bis heute umstritten. Sicher ist, dass eine ganze Generation lokaler Eliten ermordet wurde. Das 228-Massaker war ein entscheidender Wendepunkt in Taiwans neuer Geschichte. Nach der Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg zog sich der gesamte Partei-, Staats- und Militärapparat der KMT 1949 nach Taiwan zurück. Noch vor dem Rückzug verhängten die Behörden vor Ort das Kriegsrecht, das erst 1987, also 38 Jahre später, wieder aufgehoben werden sollte. Diese Zeit wird auch als weißer Terror bezeichnet. Im Vergleich zum 228-Massaker, das in einem komplett rechtsfreien Raum stattfand, wurde während des weißen Terrors zumindest der Anschein eines Rechtsstaats gewahrt. Es gab offizielle Haftbefehle, Verhöre, Prozesse und Gerichtsurteile, die entweder in Haftstrafen, Todesurteilen oder auf Freilassung endeten. Die staatliche Gewalt nahm also eine bürokratische Reform an. Auch hier gab es aber Ausnahmen. So wurden noch bis in die frühen 1980er Jahre Dissidenten und deren Familienmitglieder außergerichtlich ermordet. Viele der politischen Akten, über die wir heute sprechen wollen, stammen eben aus dieser Zeit. In den 1970er Jahren wurden die Forderungen nach politischen Veränderungen erneut laut. Die Regierung sah sich außerdem mit einer Veränderung des internationalen Machtgefüges konfrontiert. Die Republik China hatte 1971 ihren Sitz in den Vereinten Nationen verloren und 1979 nahm die USA offiziell diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China auf. Für die KMT ging damit ein zentraler Teil ihrer Herrschaftslegitimation verloren, nämlich der Anspruch, ganz China zu vertreten. Mit dem Ziel, den Machtanspruch der KMT in Taiwan zu festigen und als Reaktion auf internationalen Druck leitete der damalige Präsident Zhang Jingguo einige Schritte in Richtung einer wirtschaftlichen und politischen Öffnung ein. Er beförderte mehr gebürtige Taiwaner in wichtige Ämter und erhöhte 1972 die Anzahl der Sitze in Nationalversammlungen und Parlament. Für diese neuen Sitze wurden regelmäßige Wahlen abgehalten, ohne die Mandate der sogenannten ewigen Abgeordneten aus China in Frage zu stellen. Sie müssen wissen, dass das Parlament damals noch immer aus Vertretern aus China bestand, die aufgrund ihres hohen Alters teilweise sogar zu den Abstimmungen getragen werden mussten. Die Opposition organisierte sich trotz bestehender Verbote in eine Bewegung, die als Dengwai oder außerhalb der Partei, das heißt außerhalb der Guomindang, bekannt wurde. Ein wichtiges Mittel der Organisation waren oppositionelle Publikationen wie die Magazine Free China, The Intellectual und später auch Formosa. In den 1970er Jahren versuchten einzelne Oppositionelle dann über die frei werdenden Mandate auch innerhalb des Systems politischen Einfluss zu gewinnen. Nachdem bekannt wurde, dass die USA der Republik China die offizielle diplomatische Anerkennung entziehen würden, ließ Zhang Jingguo die Wahlen allerdings kurzfristig stoppen, was für großen Unmut in der Opposition sorgte. Die Folge war der Gauschung-Zwischenfall, bei dem eine von Redaktionsmitgliedern des Magazins Formosa am 10.12.1979, dem Tag der Menschenrechte, organisierte Versammlung eskalierte. In den nächsten Wochen ging der Staat mit erneuter Härte gegen die Opposition vor und nahm mehr als 150 Personen ins Visier. Den verhafteten Dissidenten wurde vor einem Militärgericht öffentlichkeitswirksam der Prozess gemacht. Es war das Ende der öffentlichen Demonstration der Dunwall-Bewegung. Während der 1980er Jahre wurden die Rede und Versammlungsfreiheit durch die KMT weiter unterdrückt. Trotzdem schafften es Umwelt- und Arbeitergruppen immer wieder zu demonstrieren und hielten so die Opposition am Leben, obwohl viele der prominenten Anführer weiter in Haft waren. Es waren vor allem Frauen, viele von ihnen Ehefrauen inhaftierter Dissidenten, die sich für politische Ämter aufstellen ließen und den Protest so weiter in die Parlamente trugen. Im Jahr 1986, also noch während das Parteienverbot in Kraft war, gründeten Mitglieder der Dunwall-Bewegung schließlich die Demokratische Fortschrittspartei, DPP. Ein Jahr später hob Zhang Zinghuo das Kriegsrecht auf und die politische Liberalisierung des Landes setzte ein. Nach Zhangs Tod im Jahr 1988 wurde mit Li Denghui erstmals ein gebürtiger Taiwaner Präsident. Zwei Jahre später wurde Li durch die Nationalversammlung im Amt bestätigt. Am Tag seiner Amtsübernahme begnadigte er die Opfer des Gauschung-Zwischenfalls. Liebe förderte die Designifizierung der Bildung und der staatlichen Behörden und stärkte so die taiwanische Identität. Auch als Reaktion auf die Studentenproteste der wilden Linienbewegung 1990 änderte er die Verfassung und schickte die alten Abgeordneten des Parlaments und der Nationalversammlung in den Ruhrstand. So machte er den Weg für Taiwans erste freie Parlamentswahlen im Jahr 1992 frei. 1995 entschuldigt er sich in seiner Funktion als Präsident der Republik China offiziell bei den Opfern des 228-Massakers. 1996 wurde Li dann in der ersten freien Direktwahl des Präsidenten im Amt bestätigt. Die Zeit von 1990 bis 1996 wird als entscheidend für die Ausbildung demokratischer Institutionen in Taiwan betrachtet. Im Laufe mehrerer friedlicher Machtwechsel zwischen KMT und DPP konnte sich die Demokratie in Taiwan seit 2000 weiter festigen. Der erste volle Machtwechsel, ausgedrückt sowohl im Amt des Präsidenten als auch in einer Mehrheit im Parlament, ließ aber bis 2016 auf sich warten. Erst durch dieses eindeutige Mandat der Bevölkerung war es die Regierung und Präsidentin Tsai Ing-wen möglich, in den letzten Jahren größere Schritte im Bereich der Vergangenheitsbewältigung zu wagen. Das Komitee für die Abwicklung unrechtmäßig angeeigneten Parteivermögens, die Transitional Justice Commission und das Nationale Menschenrechtsmuseum arbeiten seit 2016 bzw. 2018 daran, Taiwans autoritäre Vergangenheit systematisch aufzuarbeiten. Bis heute gibt es dagegen aber große Widerstände, sowohl in der KMT als auch in den staatlichen Institutionen, die bis vor etwa 30 Jahren selbst noch in den weißen Terror verstrickt waren. So, das war sozusagen der Überblick über Taiwans Geschichte der Demokratisierung und um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, dachte ich, wir fragen vielleicht erst mal Herrn Professor Chieh, ob er uns ein paar Erfahrungen aus Taiwan, aus dem Taiwan der 1970er Jahre, dem Kriegsrecht mit uns teilen kann. Wie er zum Beispiel den Gaushion-Zwischenfall erlebt hat, was er für Erinnerungen daran hat. Ja, lieber Herr Demmers, das war sehr detailliert und schwerpunktmäßig umgerissen, was sozusagen diese, was man diesen Demokratisierungsprozess nennen kann und was die, auch die, die Zeit während der japanischen, sagen wir so, Korinja oder Fremdköpchschaft, wenn man das alles zusammen zu zählen würde zu diesem Demokratisierungsprozess. Man darf ja nicht vergessen, dass die Taiwaner selbst unter der japanischen Fremdherschaft schon damit angefangen, nämlich Aufstände zu leisten, zunächst mal gewahrtätig, dann danach intellektuell und die haben da auch die Möglichkeit benutzt, sozusagen mit der Kommunalpolitik sozusagen eine Gegenkraft gegen die Fremdherschaft irgendwie auch einander die Waage zu halten. Und ich kann ja in diesem Fall, bevor ich zu Ihrer Frage, auf Ihre Frage antworte, kann ja nur Ergänzendes sagen, für die Taiwaner, die heute sich stark wünschen würde, dass die Zukunft wirklich in der Hand von den Taiwaner liegen würde, aber dass die Aufarbeitung der Vergangenheit auch richtig von stattgehen könnte. Und Sie haben ja darauf hingewiesen, dass man erst seit dem letzten, seit Samuels, seit 2016 bei dieser absoluter Mehrheit im Parlament richtig von stattgehen könnte. Aber selbst dann haben wir ja starke, müssen wir mit gegen viele Widerstände von der NADKMT oder mit einigen staatlichen Institutionen herunzuschlagen haben. Das heißt zusammengefasst, der Demokratisierungsprozess dauert für meinen Begriff, genau ein Jahrhundert. Angefangen mit 1895, das ist das Jahr, wo Taiwan von China, von Chin Dynastie abgegeben wurde, an die Japaner nach dem Feroeren mit dem Krieg. Und dann bis zu dem Jahr 1996. In dem Jahr durften die Taiwaner zum ersten Mal in der Geschichte den eigenen Präsidenten, egal KMT oder WPP, direkt friedlich demokratisch wählen. Und die Dünke war ja der erste gewährte Präsident, zwar KMT, aber sozusagen ein Taiwan, der erste Präsident, der nicht von China gekommen ist, der unter japanischer Kirchenschaft geboren und auch gebildet ist. Und dieses Jahrhundert ist sozusagen dieser lange Zeit Spanner der Demokratisierung. Und was die Jahre, die ich selber erlebt habe, die Jahre des Ausnahmezustandes oder Kriegsrechts muss, ja, ich muss mich schämen zu sagen, dass ich sozusagen als ein Kind, dessen Vater von China, von Kandong, 1949 gekommen ist mit einer Mutter, die ja unter japanischer Zeit geboren und aufgewachsen ist. Ich sage es nicht, gebildet. Meine Mutter war Anaphabetin und mein Vater kam von China. Also ich bin ein damals, ich bin sozusagen ein Kind aus einer Misch-Ehe. Und ich wurde, da ja nur der Vater zählt, ich wurde von zu Hause immer als Chinese erzogen. Von der Schule angefangen mit Kindergarten. Ich bin mit vier in den Kindergarten in eine Kindergarten für Fischefamilie gegangen. Und von dem Tag an wurde ich sozusagen, wurde eingedämmert. Ich bin Chinese, ich bin kein Tag an. Und die Generation von meiner Mutter, die sollen von dem Tag an, wo die Regierung, die Republik auf China nach Hause gekommen sind, von dem Tag an sollen sie umerzogen werden. Also von japanisierten Tag an völlig zum Chinesen. Das hat natürlich große, große Spannungen und hervorgerufen. Und die Kluft zwischen dem KMT-Regime und den einheimischen Leuten, vor allem nach dem 28. Februar 1947, nach diesem Zwischenfall, ist diese Kluft bis in den Jahren danach, in den Jahrzehnten nie richtig wieder geschlossen. Und ich, wie gesagt, ich habe mich geschimpft, als ich, als ich, bevor ich nach Deutschland kam, das war 1982, also noch Kriegsrechtszeit, war ich, ohne Parteimitglied von KMT zu sein, habe ich jede Stimme, die ich gegeben habe, nur an die KMT gegeben. Und zwar mit der Begründung, nur die, nur diese Leute sind sozusagen Räte der Republik China. Die anderen, es gab damals schon außerparlamentarische oder Leute, die aus der KMT ausgetreten sind und gegen KMT kandidiert haben, die waren für mich alle Hochverräter. Die waren für mich alle Hochverräter. Und in der Schule, an der Universität, ist mir zwar ein paar Mal aufgefallen, dass während der Mittagspause hin und wieder Studenten, auch von meiner Klasse, von meiner Abteilung, die haben eine Versammlung für sich. Das war keine studentische Versammlung, sondern Parteimitgliederversammlung innerhalb des Universitätscampus. Und das war für mich normal, denn das war, ja, das war ganz umgebe. Mir fiel damals es nicht auf, nur, dass die während der Mittagspause über irgendwas sich ausgetauscht haben und so weiter. Das habe ich im Kopf gehabt. Aber ich habe jetzt nicht für nichts, ich habe jetzt für nichts Ungewöhnliches gehabt. Und dann bin ich dann für zwei Jahre im Militär. 1980, also 73 bis 77 war ich in Dong und dann die davor folgenden drei Jahre, 77 bis 80 war ich an dem Fudermagister. Und danach bin ich damit her. Und während dieser Zeit, Ende 79, Anfang 80, da war ich Militär, bis 82. Wissen Sie, was ich an mir gedacht habe? Über diese bösen Leute, über diese Vorrede, angefangen mit Schminder und auch die Advokaten, die Juristen, die Rechtsanwärter, die sich trauten, diese Leute zu verteidigen, die waren für mich alle Täufer. Die waren alle für mich sozusagen böse Menschen. Hofrede, gleich wie die, wie die, wie die, wie die Brüchte Gefangenen. Also so habe ich meine, meine Kriegsrechtsjahre verbracht. Im Militär ist mir aber aufgefallen, ich bin nämlich, ich habe ja Magister gemacht und damals waren wir dafür schon qualifiziert, nicht als so da, sondern als Leutnant anbezogen zu werden. Und ich habe noch eine Aufnahmeprüfung gemacht. Ich wurde dann chinesische Lehre an einer Soldatenschule. Und da ist mir aufgefallen, richtig aufgefallen, dass ich anders bin als die anderen. Denn ich, wir waren zu Zehn, wir waren zu Zehn, also Zehn Leutnanten, die gerade von der Uni gekommen sind. Acht davon waren Mitglieder von KMT. Und zwei, ich und ein anderer, jemand von Danyang Universität. Ich weiß nicht, ich habe da seinen Namen noch. Wir waren die einzigen zwei, die nicht KMT waren. Und am jeden Donnerstag gab es dann KMT-Treffen. Und das haben sie abgehalten im Militär. Und während dieser zwei Stunden, wo sie sich irgendetwas Geheimliches austauschen, mussten wir zwei draußen irgendwo im Billardraum oder Basketball haben wir gespielt. Auf jeden Fall durften wir nicht da drin sein. Und das war, ist mir, das ist mir bis heute noch in Erinnerung geblieben, Militär und Partei. Das war eine und dieselbe Sache. Ich habe dann an der Distrivent bekommen, bin nach Deutschland gekommen, 82. Und da ist mir sozusagen ein Licht aufgegangen. Da habe ich meine politische Aufklärung gehabt. Nämlich, am Ende des Jahres gab es große Wahlen. Die FDP hat sich verabschiedet von SPD, also das war die Regierung, Koalition, und tat sich zusammen mit CDU. Und dann wurde gewählt, der Bundestag wurde gewählt. Und das Ergebnis war Helmut Kohl. CDU kam an die Macht und er der Bundeskanzler für 16 Jahre. Und da habe ich gemerkt, das war ein Studentenwohnheim im Fernsehraum, habe ich mir zugeschaut. Und ich habe, ich habe dann, ich habe mich gewundert, dass die, die deutschen Kollegen, die meisten waren Deutsche, die haben, manche haben die Opposition unterstützt, das heißt CDU unterstützt, manche hat aber die SPD kritisiert. Und da habe ich mich gewundert und habe gesagt, was? Die Regierung darf man kritisieren. Der Begriff Regierungspartei gab es bei uns in Taiwan ja nicht. Opposition noch weniger. Das heißt, und was mich noch mehr verwundert hat, war ja, nach den Wahlen gab es Regierungswechsel. Also hätte ich damals von Taiwan von irgendwo einem Pressebeauftragten gewesen wäre und ich hätte einen Report schreiben müssen über den Wahlkampf, über die Wahlergebnisse, dann hätte ich nicht gewusst, wie man Regierungswechsel ins Chinesische übersetzen kann. Dafür gibt es keine Entsprechung in den Chinesischen. Ja, und während die ganze Zeit habe ich dann im Rückblick in Bochum habe ich studiert. Und in Bochum gibt es eine sehr gute Synologie, die gibt es heute immer noch. Und in deren Bibliothek habe ich dann, ja, ich schäme mich zum zweiten Mal, habe ich sozusagen in einem fremden Land Geschichte lesen, Geschichte politische, kulturelle von meiner eigenen Vergangenheit in Taiwan. Taiwan und die japanische Zeit, Taiwan und die KMT Diktatur und der Begriff Diktatur kannte ich auch gar nicht. Das heißt, also ich bin, ich bin dann hier wach geworden und habe ich in Deutschland, von Deutschland habe ich mich auch schon mich darum gekümmert. Also zum Beispiel, das war 1984, Chiang Nang An. Also Chiang Nang An in den USA, der Chiang Nang An war ein Journalist, wurde von Profimördern, ja, ausgebildet und trainiert von unserem Geheimdienst von KMT. Und der Journalist wurde brutal hingerichtet in den USA. Und das haben wir hier in Bochum, in Deutschland. Da haben wir einige taiwanische Studenten, haben wir das besprochen. Und ich habe hier in Taiwan auch das erste Mal Leute von Taiwan, also Taiwan Heimatverein. Habe ich die auch kennengelernt, alle sehr liebe Leute. Und ich hätte, wenn ich nicht nach Deutschland gekommen bin, dann habe ich mir gedacht, das sind alle, das sind alle Krimi, das sind alle Hochverräter. Aber die sind lieb. Und wir haben angefangen, über die Vergangenheit von Taiwan zu sprechen. Ich habe natürlich viel dazu gelernt, viel erzählen konnte ich nicht. Und was mir noch oft gefallen ist, die haben alle, was alle durch die Banken, nur Taiwanisch gesprochen. Und meine Mutter war ein Taiwanerin. Aber ich konnte nicht so fließend sprechen wie die. Und die haben, ja, die haben sich ein bisschen lustig über meine Aussprache gemacht. Ich habe denen auch nicht übergenommen. Jedenfalls habe ich, nachdem ich Taiwan verlassen habe, habe ich dann in Deutschland die politische Vergangenheit von Taiwan sozusagen wieder kennenzulernen. Und ich habe es sehr bereut, dass ich in Taiwan sozusagen als Nutznisse von den wenigen demokratischen Erfolgen sozusagen davon gemacht habe, wären diese Leute für diesen Genuss, ja, dass wir die Freiheit genießen können, ins Gefängnis gebracht wurde oder hingerichtet wurde. Viele sind auf der Strecke geblieben. Das hat mich im Nachhinein sehr bereut. Und ich habe mir dann gesagt, wenn ich wieder zu Hause bin, und das bin ich, nach fünf Jahren ununterbrochen in Deutschland, gehe ich zurück nach Taiwan. Und ich habe erst mal von der Uni angefangen. Ich habe mich dagegen gewählt, das Arte zu stemmen, es fort, weiter fort bleiben zu lassen. Ich habe in, 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 ich war der Abteilungsleiter und ich habe dann sozusagen vergleichsweise das Sagen in der, in der Unikonferenz. Und ich habe dann immer, wenn es darum geht, dass die, dass die, die Arte Umstände an, auf der Uni-Campus, zum Beispiel, es gab damals noch Vertreter von unseren Taiwanischen FBI auf dem Campus. Es gab damals noch Militärleute. Heute gibt es die immer noch. Aber die Militärleute damals, die, 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 die traten in Uniform auf und die verspitzern, wirklich die Studenten. Und nachher mich auch. Also das, nicht jeder Militärmann, aber das ist, steht ganz fest. Ich würde, wenn ich dann, wenn ich dann, ja, wieder im Taum bin, dann möchte ich einen Blick reinwerfen in meine Akten. Ich glaube, von da an gibt es schon, ist schon sicherlich ein Achtung mein, eigens für mich zugelegt. Und daraufhin habe ich dann, habe ich mich dann immer mehr involviert in die, sozusagen Studentenbewegung. Die sind auch von sich aus auf mich gekommen, als sie merken, dass ich in der Uni, in der, in der Unikonferenz immer die Partei ergründet habe, auch für die Studenten, aber vielleicht eher sagen, für die Gerechtigkeit. Und dann die Zäsur, sozusagen, wo meine Involvierung in diesen, in diese, in diese Spätphase der Demokratisierung, des Demokratisierungprozesses war, meine aktive Teilnahme an den jeweiligen Studentenbewegungen, die wir die Linie als Studentenbewegung 1990, März. Und da, sozusagen, gab es keine, für mich kein Weg zurück. Seitdem habe ich dann in immer engeren Kontakt mit anderen Professoren von den Universitäten in Kontakt getreten. Wir haben da angefangen, selber, das waren ungefähr 100 Leute, und wir haben dann angefangen, auf der Insel Vortragsreise zu machen. Und Ende des Jahres 1990 haben wir dann den Taiwan-Ciao-So-Xiu-Hui gegründet. Das ist sozusagen ein Verein der taiwanesischen Professoren. Und unser Ziel war, die Gerechtigkeit für Taiwan zurückzugewinnen, aber auch das Selbstbestimmungsrecht für Taiwan zu gewinnen. Und zwar nicht durch Gewalt, sondern durch Diskussion, Debatten, Artikel schreiben, und so weiter, und so weiter. Herr Schi, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist ja das, was auf die Brücke ist, zu sagen, nach Deutschland. Das Gewaltfreie, was Sie praktiziert haben in Taiwan, das ist auch eine Parallele zu dem, was in Deutschland gewesen ist, im Osten Deutschlands, in der DDR, in der Deutschen Demokratischen Republik, wie sie sich selber genannt hat. Und in dem Sinne ist es, ich glaube, eine große Chance, hier die unterschiedlichen Lebenswege in Europa, in Deutschland, aber auch in Asien, speziell in Taiwan zu betrachten und trotzdem Gemeinsamkeiten festzustellen. Ich finde, das ist sehr spannend gewesen, wie Sie geschildert haben, wie Sie ja auch Teil des Systems waren, durchaus beim Militär zum Beispiel gedient haben und damit auch das System durchaus gestützt haben, aber das Land erlebt haben als ein Land, was festgefügt war, sozusagen durch eine Partei, die den Staat gestellt hat, die Staatspartei sozusagen, und die einen demokratischen Wechsel nicht vorgesehen hat. Gerade den Begriff, den Sie genannt haben, Regierungswechsel, dass es sowas in Ihrem Sprachgebrauch als chinesisches Wort gar nicht gab. In gewisser Weise kannten wir das Wort Regierungswechsel auch nur aus dem Fernsehen in der DDR und in dem Sinne gab es auch keinen Regierungswechsel und die Wahlen, die stattgefunden haben, waren Scheinwahlen, wo eigentlich nur die Macht einer Partei bestätigt worden ist. Und sogar in der Verfassung war festgeschrieben, dass es eine Partei gibt, die die führende Rolle im Staat hat. Also sehr viele Ähnlichkeiten mit dem, was in Taiwan war. Und das ist ja auch die große Chance, dass wir jetzt, wenn wir Diktatoren aufarbeiten, dass wir uns austauschen, dass wir unsere Erfahrungen mitteilen, um auch zu erkennen, wir haben die Diktatoren funktioniert, egal ob es in Asien oder in Europa war. Es gibt immer wieder Parallelen, wie Diktaturen auch aufgebaut sind, wie sie funktionieren, dass es Menschen braucht, die diese Diktatur ja auch stützen. Und diese Themen, die finde ich ja spannend, sozusagen für die Aufarbeitung. Und das Allerwichtigste finde ich aber auch, wie haben die Menschen es geschafft, Angst zu verlieren? Wie haben sie dann sich zusammengefunden und dagegen aufzubegehren, so wie sie es am Schluss ihres Beitrages auch geschildert haben, dass irgendwann der Punkt war, wo sie sich zusammengeschlossen haben, wo sie unterwegs waren und hier Partner gesucht haben, was dann einen friedlichen Übergang ermöglicht hat, der ähnlich wie in Deutschland auch ist. Und in der Hinsicht glaube ich auch, wir haben vorhin über die Ausstellung gesprochen, die dann in den nächsten Tagen auch, wenn die Corona-Lage es wieder zulässt, für die Bevölkerung hier in Berlin sichtbar ist, über die Demokratiebewegung in Taiwan. Und dass es dazu natürlich auch Archive braucht, die diese Bilder sozusagen in ihren Archiven als Schätze bewahren, damit sie zum gegebenen Zeitpunkt auch öffentlich gemacht werden können. Und das ist das Spannende. Und ich weiß nicht, Herr Demis, Sie haben ja natürlich beide Blicke, den deutschen Blick und den Blick in Taiwan. Sie sagen, in der Hinsicht haben Sie bestimmt auch noch verschiedene Fragen an uns beide, was dann besonders interessiert, auch für die Öffentlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Sie haben den Austausch schon erwähnt, vor allem in den letzten Jahren, seit 2016, seit die DPP-Regierung unter Tsai Ing-wen an der Macht ist, ist ja der Austausch vor allem auch mit der Stasi-Unterlagenbehörde sehr vorangetrieben worden. Deutschland ist ja so ein bisschen als, steht so ein bisschen als Vorbild für das Vergangenheitsbewältigung angeht. Egal, ob es Zweiter Weltkrieg, Nazi-Zeit, Vergangenheitsbewältigung oder DDR, wird in Taiwan sehr stark beforscht, sage ich mal so, und auch als Vorbild genommen. Mich würde interessieren, wie Sie diesen Austausch in den letzten Jahren vorangetrieben haben und was Sie persönlich auch am Fall Taiwan so bewegt, Herr Jahn. Also ich war erst mal erschrocken eigentlich, wie wenig über Taiwan ich weiß. Und weil wir natürlich die Diskussion um China und die dominierende Rolle der Volksrepublik China sozusagen in Asien, aber auch als wirtschaftliche Weltmacht immer wieder in Deutschland wahrnehmen, aber Taiwan doch im öffentlichen Bewusstsein gar nicht so da ist. Und das hat mich selber erschrocken. Und gerade, weil auch in meiner Funktion dann die Taipei-Vertretung an uns herangetreten ist und mehr wissen wollte über unsere Arbeit. Und dann der erste Besuch der neuen Kulturministerin, die nach dem Regierungswechsel in Taiwan 2016 dann ins Amt kam und dann gleich einen Besuch hier bei uns wahrgenommen hat, wo sie sich informiert hat über unsere Aufarbeitung der Diktatur in Deutschland und hier sehr gut vorbereitet, sehr informiert zu uns kam und ganz konkrete Fragen gestellt hat. Wie haben Sie das gemacht, dass in Deutschland die Akten zur Verfügung stehen für die Aufarbeitung? Und das war ein spannender Austausch, weil wir konnten natürlich erzählen von der Friedlichen Revolution in Deutschland, in der DDR, dass die mutigen Bürgerinnen und Bürger sogar die Dienststellen der Geheimpolizei besetzt haben und dass sie die Akten gesichert haben und dass die Aktensicherung, wenn man so will, wie im Kriminalfall die Spurensicherung eines der wichtigsten Dinge ist für die Aufarbeitung. Denn wenn die Spuren nicht mehr da sind, dann glauben die Menschen gar nicht, die nächsten Generationen gar nicht, was eigentlich geschehen ist. Man muss ja so sagen, das was man auch wahrgenommen hat, das was man erzählen will den nächsten Generationen, das muss man ja auch belegen, das muss man beweisen, weil es ja so viel passiert, was man sich gar nicht vorstellen kann in menschlichen Überlegungen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch Dokumente hat und dass man auch in den Dokumenten natürlich auch sehen kann, wie das System, wie die Herrschaftsmechanismen funktioniert haben und auch wer Verantwortung getragen hat. Es geht ja auch darum, dass immer wieder deutlich wird, es sind Menschen, die dafür sorgen, dass Unrecht geschieht. Es ist keine Naturgewalt, die da über uns gekommen ist in Deutschland, sondern die Mauer haben Menschen gebaut. Den Schießbefehl an der Mauer haben Menschen erfüllt und Menschen haben Menschen ins Gefängnis gesperrt, weil sie ihre Meinung gesagt haben. Und das sind natürlich Dinge, die es auch zu benennen gilt. Wer trägt Verantwortung für das, was an Unrecht geschehen und vor allen Dingen, wie gehen wir mit den Opfern um? Wie können wir für Gerechtigkeit sorgen? Wie können wir den Opfern gerecht werden? Wie können wir dafür sorgen, dass Opfer rehabilitiert werden, dass sie Wiedergutmachung erfahren, auch wenn das nicht absolut möglich ist, aber dass sie zumindest eine Wertschätzung bekommen, dass die Opfer gewürdigt werden, dass man auch einen kleinen materiellen Ausgleich schafft, gerade auch für die, die nicht auf die Füße wiedergekommen sind, auch in der neuen Gesellschaft nicht, die heute immer noch an den Folgen der Haft leiden. Das sind ja alles Fragen, die wir sozusagen in Deutschland behandelt haben und die für die taiwanesische Delegation um die Kulturministerin sehr, sehr wichtig war. Und das sind Punkte, wo ich glaube, wo auch wir mit ganz konkreten Erfahrungen beigetragen haben. Zum Beispiel, dass die Akten, sagen, nach rechtsstaatlichen Prinzipien zugänglich gemacht werden müssen, dass nicht jeder einfach seine Akte kriegen kann, sondern dass es gilt, sagen, die betroffenen Menschen zu schützen, über die die Geheimpolizei Informationen gesammelt hat, aber auch die offen zu legen, Transparenz zu schaffen, die den Staat vertreten haben, die, sagen, Verantwortung getragen haben, diesen Spagat hinzubekommen in einem Gesetz, das war sehr, sehr wichtig. Und dieses Gesetz hat sich schon über 30 Jahre bewährt. Aber auch, dass wir die historischen Orte nutzen, dass wir hier aus der ehemaligen Stasi-Zentrale einen Campus für Demokratie gemacht haben, einen Lernort, wo wir diskutieren können über das, was Diktatur bedeutet und das, was wir uns an Demokratie wünschen. Dass dieser historische Ort eine besondere Kraft hat, auch dieses Archiv eine besondere Kraft hat als Monument eines Überwachungsstaates. Auch das war eine wichtige Erfahrung, die wir mitgeben konnten. Und für mich war das dann toll zu erleben, dass ich dann zwei Jahre später, als ich in Taiwan zu Besuch war, dass ein Menschenrechtszentrum eröffnet worden ist an dem Ort eines Gefängnisses. Dass dort jetzt ein Diskurs in Sachen Demokratie geführt wird und dass dann auch in Taiwan geschaut wird, wie können wir die Akten den Betroffenen zugänglich machen, wie können wir den politisch Verfolgten auch ein Stück ihres gestohlenen Lebens zurückgeben, indem die Akten bereit sind für die Akteneinsicht für die politischen, die ehemaligen politischen Gefangenen in Taiwan. Also sehr viele Erfahrungen sind von Deutschland nach Taiwan gebracht worden und diese Erfahrungen wurden auch genutzt. Und wir wiederum profitieren jetzt von den taiwanesischen Erfahrungen, der Art des Umgangs miteinander und auch der Hoffnung, so sagen auch, was Taiwan in Asien, dieses Hoffnungszeichen, was in Asien durch Taiwan und die demokratische Gesellschaft gesetzt wird. Das denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass das in die Welt hinein gesendet wird, nämlich, dass es immer wieder um Menschenrechte geht, damals wie heute, aber auch in Deutschland und auch in der Welt insgesamt. Ja, Herr Jahn, Sie haben gerade auch angesprochen den Zugang zu den politischen Akten. In Taiwan wurde ja 2019 ein Gesetz verabschiedet, was auch stark sozusagen sich am deutschen Gesetz zu politischen Akten orientiert hat. Vielleicht können wir, wir haben einen kurzen Film vorbereitet von zwei Minuten, den kurz einspielen und den Zuschauern zeigen, wie das genau abläuft, die Einsicht in die Akten in Taiwan. 2019年 4月24日, das ist值得記錄的 ein Tag. Denn das ist das erste Mal, weil das erste Mal, dass jemand sich in der Schule in der Schule in der Schule, 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 über diese Hochschule, ein bisschen wie in der Schule, über die 30-jährige Jahre, 30-jährige Jahre Jahre, nur diese Tage, nicht nur diese Tage zu schreiben. Aber diese Tage sind nicht sie selbst geschrieben. Das ist 1980. 80年代的校园监控 50年代起 政府以各种形式 对各大专院校师生 进行绵密监控 内容包括求学 福音 就业等日常生活 80年代 情治机关 为强化对校园师生 与社团的掌握 成立安怨专案 在你身边 听你说什么 看你做什么 包括哪些人 在聚会 在这个聚会里面 谈了哪些事情 甚至细到我们的分工 都在这个报告里面 一直被监视 电话被录音 我们的辅导长 或者是征战官 他清楚地记录 我在什么时候 什么时候 说过的些什么话 在电话你拿起来的时候 就可以听到 录音机的声音 他已经告诉你 我在录音了 那个监控是不守不在的 而影响到你的 很多的一些 日常的这些生活 阅读这些 不是自己写的 青春岁月日记 他们将会第一次得知 当年是哪个同学 哪个好朋友 哪个老师 甚至哪个邻居 成为告密者 中文字幕称 zeigt sich doch, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland schon die Erfahrung gemacht haben und sie weitergeben konnten nach Taiwan. Und immer wieder dieselben Geschichten, also diese Macht des Staates, die hier in das Leben der Menschen eingreift, aber auch, wie der Staat Mitmenschen genutzt hat, um Informationen zu bekommen, wie er Spitzel angesetzt hat. Und das alles dokumentiert in diesen Akten und die schönen chinesischen Schriftzeichen, sie werden sozusagen missbraucht, wenn man so will, für etwas, was im Interesse einer Geheimpolizei gemacht wird. Wir sehen hier gerade auch die ersten Akteneinsichten in Deutschland 1992, etwas prominentere Dissidenten, Wolf Biermann, der Liedermacher, Jürgen Fuchs, der Schriftsteller, Katja Havemann, die Dissidentin, die Künstlerin, Schauspielerin Eva-Maria Hagen, schauen in ihre Akten zur ersten Akteneinsicht 1992. Das sind ähnliche Bilder wie in Taiwan und auch sie waren erstaunt, erschrocken, all das, was sie in den Akten gefunden haben. Aber das war am Ende immer ein Gewinn, dass sie erkannt haben, wie hat hier die Geheimpolizei auch in wessen Auftrag, nämlich der Staatspartei SET, eingegriffen in das Leben. Und das ist so Sachen, die Parallelen, die wir sehen, bei allen Unterschieden, die natürlich sind in Taiwan und in Deutschland. Es ist immer auch hilfreich zu sehen, wo gibt es Parallelen, wo können wir uns gegenseitig helfen, auch bei der Aufverweiterung der Diktaturen. Ja, vielleicht dazu, zu dem Einblick in die Akten. Sie haben, also Herr Jahn hat eben angesprochen, dass die Täter benannt werden müssen und dass das ganz wichtig war in der ehemaligen DDR. Das Problem haben wir in Taiwan gerade, dass zwar das Gesetz, was 2019 verabschiedet wurde, eigentlich vorsieht, dass Täter genannt werden sollen und auch Spitzel benannt werden sollen, aber dass die Geheimdienste und die Kriminalpolizei hier immer noch sozusagen die schützende Hand über die Täter hält aus nationalen Sicherheitsgründen. Was können Sie da zum Beispiel, also Herr Professor Hsieh, was glauben Sie, wie kann man dagegen weiter vorgehen und irgendwie versuchen, dass Taiwan aus dieser Schleife herauskommt, aus dieser Zeitschleife irgendwie und sich gegen die Institution durchsetzen kann? Ja, sich aus der Schleife halten oder bei manchen Leuten vielleicht den Kopf aus der Schlinge ziehen. Deutschland war in dieser Kinsicht, was Aufarbeitung der Vergangenheit anbelangt oder Vergangenheitsbewertung, war ja immer ein Vorbild für die Taiwaner seit Jahrzehnten und wir haben immer eine Scheibe von denen abgeschnitten. Dennoch haben wir wirklich ermutigend erlebt, gelernt. An einigen Beispielen haben wir dennoch, können wir es nicht umhin, doch uns frustriert zu hören, zu fühlen. Wisstens, warum Herr Young hat vorhin gerade darauf hingewiesen, 92, also zwei Jahre nach der Wiedervereinigung, beziehungsweise nach dem Umsturz des SED-Regimes. Zwei Jahre danach konnte man schon einen Blick reinwerfen in die Akten, die sozusagen von der Stasi aufgestellt wurden und man konnte mehr oder weniger wissen, was die Sache war, was sich abgespielt hat und so weiter und wer das sozusagen aus den engsten Kreisen, Freundeskreisen einem Bespieße hat. In Taiwan wurde ja das Kriegsrecht erst in 1987 aufgehoben. Das ist schon eine lange Zeit entfernt, erst mal von Europa 1947. Und erst vor zwei Jahren kann man in Taiwan richtig losgehen mit der Aufarbeitung der Vergangenheit. Das heißt, dazwischen liegen fast 60 Jahre, von über 70 Jahren. Und auch von den letzten Jahren, während der Kriegsjahre, da sind wieder, wir haben jetzt 21, da liegen inzwischen wieder fast 30 Jahre. Und das heißt, es gibt zwei Gruppierungen von Leuten, die sozusagen über die Stasi von Taiwan, von KMT, Akten gelegt haben. Einmal waren die Leute, die vor der Aufhebung des Kriegsrechts und einmal waren die Leute, die nach 1987 bis, ich würde sagen, bis 2000. Denn bis dahin konnte man überhaupt nicht von, 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 auch nicht mal von einem Semi-Regierungswechsel reden. Das ist einmal das. Und die Akten, die Dokumente, viele sind vernichtet worden, versteckt worden. Oder Herr Demers, Sie haben selber vorhin darauf hingewiesen, dass selbst viele staatliche Institutionen oder viele Leute, die damals für das Regime gearbeitet haben, ich kann die nicht nennen, aber die haben sozusagen jetzt immer noch eine Schüsse daran, ja, über, über die Wahrheit oder über die Fekande gehalten. Und wir, wir haben keine, keine richtige, keine richtige Handhabe, sozusagen, dieses, diese dicke Britte zu bohren. Wie stark und langsam wir da auch bohren. Und das ist das Problem. Aber angefangen. Vielleicht kann Herr Jahn dazu noch einen Rat sogar geben. Also ich meine, Deutschland hat ja auch lange gekämpft. Was heißt ein Rat? Zum Beispiel auch, dass das Namen von IMs veröffentlicht werden können. Ja gut. In der Presse zum Beispiel. Ich glaube, ich glaube, dass, dass wir natürlich andere Voraussetzungen hatten. Aber das ist auch großes Engagement von Bürgerinnen und Bürgern gewesen. Also die Besetzung, die 1989, 90 stattgefunden haben, war ja erst ein Anfang. Dann hat es auch fast zwei Jahre gedauert, bis das Stasi-Unterlagen-Gesetz in Kraft getreten ist. Da gab es viel Streit. Es gab viele in der Politik und auch dann im einheitlichen Deutschland. Die Bundesregierung, der Bundeskanzler Kohl, der Innenminister Schäuble. Sie wollten damals die Akten geschlossen halten, weil es menschenrechtswidrig gesammelte Informationen waren. Sie wollten sagen, nicht, dass das Gift der Stasi weiterwirkt. Und in dieser Hinsicht gab es auch viele andere, die gesagt haben, hier muss ein Deckel drauf, weil man nicht immer sich erinnern sollte und das Geschehene immer wieder hochkommen lassen sollte. Nicht immer mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern einfach mal daran denken, was für Herausforderungen gerade in der Wirtschaft ein Neuaufbau darstellt. Und dass man sich konzentriert auf die wirtschaftliche Entwicklung und nicht immer in den alten Dingen rumrührt und die Konflikte immer wieder neu aufbrechen. Und es war ein doch auch sehr zäher Prozess, bis wir in Deutschland dahin gekommen sind, dass ohne Aufarbeitung eine Gesellschaft sich nicht erneuern kann. Dass es wirklich so ist, dass dann die alten Konflikte unter der Decke gehalten werden, aber auch immer wieder aufbrechen. Es geht darum, die Wunden zu heilen und nicht immer wieder zu sagen, dass die Wunde neu entsteht und die Gesellschaft sozusagen darunter leitet. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland auch gesehen haben. Auch, dass Menschen wieder zueinander kommen, dass es möglich ist, dass Konflikte der Vergangenheit bereidigt werden. Aber Voraussetzung ist Aufklärung. Barmherzigkeit führt nur über den bitteren Weg der Erkenntnis. Das hat mir ein Pfarrer mit auf den Weg gegeben, der damit deutlich machen würde, dass natürlich Menschen davon geprägt sind, dass sie am Ende auch Versöhnung möchten in der Gesellschaft. Aber das Voraussetzung ist, dass man auch weiß, was ist ein Unrecht geschehen, was waren die Ursachen des Unrechts. Und dass man sagen, auch den Opfern etwas an die Hand gibt, dass sie sagen, ein Teil der Gesellschaft wieder sein können und rehabilitiert werden. Also das ist die Voraussetzung, die in Deutschland dann geschaffen worden ist. Und wir haben jetzt schon fast 30 Jahre Akteneinsicht. Über zwei Millionen Menschen haben in ihre Akten geschaut, in die Akten, die über sie angelegt worden sind, haben Rehabilitierung wieder gut gemacht und erfahren. Wir haben im öffentlichen Dienst, sagen, auch dafür sorgen können, mit Hilfe der Akteneinsicht durch öffentliche Arbeitgeber, dass auch ehemalische Stasi-Mitarbeiter nicht, so sagen, unerkannt in diese Demokratie gewandert sind und an führende Stellen gekommen sind. Und wir haben vor allen Dingen auch für Forschung und Medien diese Akten bereitgestellt und viele Dokumentationen sind entstanden, viele Artikel oder auch Filme bis hin zu Spielfilmen, die auch ein großes Publikum erreichen und die dafür sorgen, dass auch Empathie ermöglicht wird, damit auch die nächsten Generationen, die diese Zeit gar nicht wahrgenommen haben, eine gewisse Ahnung von dem haben, was Diktatur für die Menschen bedeutet hat. Also die deutsche Erfahrung, vor allem mit der Vergangenheitsbeaufarbeitung im Hinblick auf die DDR ist für uns deshalb wichtig, entscheidend wichtig, weil wir im Großen und Ganzen ein gelungenes Beispiel, das auch immer noch im Werdegang ist, aber ein gerungenes Beispiel im Weg greifen mit uns. Und wir haben ein Ziel. Wir haben dieses Ziel, dieses solche Ziel vor uns und das trittet uns darüber hinweg, dass die Umstände, in denen wir uns jetzt befinden oder seit der Aufhebung des Kriegs immer noch befinden, dass wir wissen, und das ist der charakterisierende Unterschied zwischen der vergangenen Aufarbeitung von Deutschland und von Taiwan heutzutage, die Vergangenheit ist immer noch gegenwärtig, das macht den Unterschied und das macht einem manchmal traurig, verstimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SED, egal wohin die Leute jetzt geflüchtet sind oder ungewandelt sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass die SED, es gibt ja die nicht, aber zum Beispiel, dass das alte Regime, das Umrechtsregime, sozusagen in den Wahlen, in Bundestagswahlen, sozusagen durch Wahlen wieder an die Macht kommen würde und die Regierung, die Regierungspartner werden würde, das glaube ich, ist gänzlich ausgeschlossen bei uns. Das ist der große Unterschied, den Herr Jahn auch schon angesprochen hat. Ja, das ist, Sie sagen, auch wichtig, das gehört zur Demokratie. Die Revolutionäre von 1989 in Deutschland haben ihre Peiniger mitbefreit. Die SED, die dann später in PTS umgenannt worden ist, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, in die Partei des demokratischen Sozialismus und dann später, sozusagen, zusammengeschlossen zur Linkspartei, das sind ja auch, sozusagen, ist die Partei, die Verantwortung trägt für das, was an Unrecht geschehen ist in der DDR. Und diese Partei ist natürlich herausgefordert, sich auch der Verantwortung zu stellen. Auch die jungen Leute, die damals da, sozusagen, oder jetzt da in dieser Partei sind und eigentlich diese Zeit nicht miterlebt haben. Aber genau darum geht es ja. Auch die SED muss ihre Akten zur Verfügung stellen, so wie in Taiwan die KMT, also die Komen Tang, die sozusagen Verantwortung für Unrecht getragen hat, auch ihre Akten zur Verfügung stellte, sollte der Gesellschaft. Und auch hier kann man vielleicht auch von Deutschland durchaus Erfahrung aufnehmen. Wir haben ja uns auch getroffen mit Vertretern der KMT, auch hier in Deutschland, und haben erklärt, wie in Deutschland das gemacht wird, dass es eine Stiftung gegründet worden ist. Und die Partei dann ihre Akten eingebracht hat in die Stiftung und dann als Teil des Deutschen Bundesarchives diese Akten zur Verfügung stehen. In dem Sinne wäre das auch eine Möglichkeit, dass in Taiwan hier Akten bereitgestellt werden. Aber das Wichtige ist ja, man kann sich ja nicht die Menschen wegwünschen. Sie sind ja in dem Land weiter da. Ja, man muss damit umgehen. Man muss sie als Teil einer demokratischen Gesellschaft akzeptieren. Natürlich mit der klaren Forderung, dass hier das Grundgesetz gilt, dass sie sich an die demokratischen Spielregeln zu halten haben. Aber wir sehen, in Deutschland stellt sich sogar einen Ministerpräsidenten in einem Bundesland. Also das zeichnet Demokratie aus, dass das möglich ist. Das zeichnet Demokratie aus, dass hier der Bürger frei entscheidet. Aber natürlich immer mit der Rahmensetzung einer demokratischen Grundordnung, in dem die Menschenrechte die Basis dafür sind. Da sind wir aber an einem sehr kritischen Punkt. Darf ich kurz unterbrechen? Also Sie haben beide angesprochen, wie unterschiedlich die Fälle sind. Also DDR und Taiwan. Das ist immer schwierig zu vergleichen. Aber wir haben eben in der DDR einen Staat, der sich sozusagen aufgelöst hat 1990. Und in Taiwan gab es eben nicht so diesen harten Schnitt. Und was mich interessieren würde, wie Sie das beurteilen, wie man diese Erfolge auf dem Bereich der Vergangenheitsbewältigung sicherstellen kann für die Zukunft. Und also in Taiwan hatten wir das in der Vergangenheit, dass frühere Regierungen versucht haben, Anläufe zu machen in der Vergangenheitsbewegung, die dann von der nächsten Regierung, als die KMT wieder an die Macht kam, wieder zurückgeschraubt wurden. Also wie können wir sicherstellen, dass wir unsere Demokratie auch wehrhaft machen gegen diese Schraubung der Vergangenheitsbewältigung? Also ein Satz dazu, der mir sehr wichtig ist, jede Regierung muss die Dinge so machen, dass sie sie nicht gegen den politischen Gegner macht, sondern dass sie sie so macht, als wenn sie in der Opposition wäre. Das heißt, auch das ist sozusagen Demokratie, die dafür sorgt, dass eine Rahmensetzung da ist, egal ob man in der Opposition oder Regierung ist. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, weil wenn politische Maßnahmen nur dazu da sind, den politischen Gegner, sei ja auch, dass er Verantwortung für Unrecht getragen hat, aber wenn sie nur dazu da sind, politische Gegner zu bekämpfen, dann werden sich diese Maßnahmen irgendwann mal gegen einen selbst richten. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, wenn man etwas langfristig sichern will. Das haben wir in vielen Gesetzgebungsverfahren in Deutschland auch. Dass immer bedacht werden muss, dass vier Jahre später der Wechsel sein kann und dass sich dann plötzlich Gesetze gegen einen selbst richten können. Das sind zum Beispiel Wahlrechtsreformen oder solche Fragestellungen. Immer bedenken, ein Gesetz wird nicht gemacht für eine gewisse Zeit, sondern für eine lange Zeit, wo man sozusagen auch von Regierung in Opposition wechseln kann oder umgedreht. Das, glaube ich, ist ein Patentrezept hier auch für Aufverwaltung, das zu sichern, es nicht von momentan politischen Verhältnissen abhängig zu machen. Und es ist in Deutschland durchaus eine gute Tradition, dass die Gesetze zur Rehabilitierung, dass die verabschiedet werden mit der Opposition gemeinsam. Dass man auch den Bundesbeauftragten zum Beispiel wählt, gemeinsam mit den Oppositionsparteien. Das ist etwas, was auch dann eine Kraft gibt, sagen, für solche Funktionen getragen von einer breiten Mehrheit im Parlament. Wir haben gerade in Deutschland, haben wir sozusagen eine Reform der Aufverwaltung auf den Weg gebracht. Die Stasi-Unterlagen werden Teil des Bundesarchives, also des Gedächtnisses der Nationen. Und es wird ein Bundesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur eingerichtet. Und dieses Gesetz ist gemeinsam von Regierung und Opposition verabschiedet worden. Nur eine Partei hat sozusagen das nicht mitgetragen. Und so waren 80 Prozent des deutschen Parlaments, die für diese Reform gestimmt haben. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass hier langfristig gedacht wird. Ich habe gestern im Internet eine Nachricht aus Südkorea gesehen. Da hat ein ährterer Mann, ich glaube, der ist sicherlich schon über 70, ein ehemaliger Polizist, gewahrtätiger Polizist, der sozusagen die Crashdown-Aktion von der damaligen Unrechtsregierung unterstützt hat. Und der Mann ist in die Öffentlichkeit getreten, hat einen Blumenkranz vor einem Grab gelegt. Ein Grab von einem der Offen von diesem damaligen Unrechtsregime. Da habe ich mir gesagt, das hat mir die Tränen, wie ich das sah und was er gesagt hat, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Der Polizist, das war ja auch mit Untertiteln, hat er gesagt, heute weiß er, dass das, was er damals getan hat, eine Untat ist. Ihm tut es leid. Und daher kommt er, er weiß, dass es auch sehr verspätet ist, aber trotzdem kommt er um seine Reue, um seine Beichte, um seine, ja, Entschuldigung sozusagen, in alle Öffentlichkeit an den Tag zu legen. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, selbst die Hinterlassenden von allen, die sind offen, die würden sofort, die würden sofort diesen Polizisten oder diesen Spitzel, diesen Geheimdienst, die würden ihn vergeben. Aber was wir in Taiwan leider haben, ist ja, es ist bis jetzt noch nicht klar festgestellt worden, dass jene Taten, jene Übertaten, ausgestreckt, vorzogen von Geheimdiensten, von Polizei, von Mörderen, von der Staatsangestellten Mörderen, dass das nicht nur illegal ist, dass das auch moralisch zu verwerfen ist. Das ist nicht der Fall. Es wird immer noch in einem Unterdäschwelle, als, ja, Taten für das Vaterland. Das war eine patriotische Taten, denn die Leute, die ins Gefängnis gebracht wurden, die bespitzert wurden, die hingerichtet wurden, zum Topferurteil wurden, das waren sozusagen Unterstützen der tabanesischen Unabhängigkeit. Das waren sozusagen Subwehrleute, die dem Staat zu untergraben versucht haben. Also die Rechtfertigung ist noch derart moralisch so stark da, dass man, ja, dass man sich keine Hoffnung machen kann, dass ein solcher Polizist sozusagen in die Öffentlichkeit treten wird und sagen, ich habe es bereut. Was ich damals gemacht habe, das war unmoralisch, das war moralisch, nicht zu vertreten, ja, das gibt es nicht. Und das weitere Problem ist ja, wer in Taiwan heutzutage den Wunsch hat, die Gerechtigkeit insofern wiederherzustellen, nicht damit die Täter bestraft werden, sondern damit die Ofel, die Hinterlassene von den Ofel, sich sozusagen sagen kann, jetzt weiß ich, wer es mir angetan hat und jetzt weiß ich, wenn ich verzeihen kann, diese Übertaten. Nicht für sich selber, sondern auch für die Familie, für die ermordeten Eltern oder Großeltern und so weiter. Nicht nur, dass es nicht so ist, sondern die Befürchtung, dass dieser Patriotismus von Großchina immer stärker wird von China aus, aber auch von gewissen Leuten, ich würde nicht sagen, heimende Leute, von gewissen Leute aus, die würden, und das fürchte ich, die würden all das wiederholen mit gutem Gewissen, was sie in diesem Kriterium gemacht haben, gegen die Leute, die entweder für ihre eigene Freiheit oder für ihr politisches Ideal nur was gesagt haben, was geschrieben haben. Und diese Befürchtung ist leider so real, dass man sich sozusagen so gemacht müsste, nicht dass man, ob man es gewissen Erfolg erlangen kann bei dieser Aufarbeitung der Vergangenheit, sondern überhaupt das Thema, den Titel, die haben ja auf diese Podiumdiskussion den Titel gegeben, der Weg zur Demokratie. Taiwan, der Weg zur Demokratie. Wissen Sie, wovor ich Angst habe? Es wird eventuell, ist nicht auszuschließen, nicht der Weg zur Demokratie, sondern weg von der Demokratie. Und diese Befürchtung ist real, wenn man bedenkt, was von China aus in den letzten Jahren, seit 2016, was wir für Maßnahmen ergriffen haben und wie sozusagen zwischen der Taiwanstraße geliebäugert wird, da macht man sich Sorgen. Aber genau darum geht es ja, dass wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, weil wir natürlich deutlich machen wollen, dass es Freiheit und Demokratie nicht Selbstverständliches ist, dass es jeden Tag eine Herausforderung ist, Demokratie zu schützen und zu leben und noch weiterzuentwickeln. Das ist ja die Stärke der Demokratie, dass sie korrekturfähig ist und dass wir mit dem Blick in die Vergangenheit die Sinne schärfen für die Gegenwart. Und wenn wir uns jetzt hier auch nochmal erinnern an die Zeit in der DDR, es waren dann die Menschen, die sozusagen mit ihrem Bewusstsein für Selbstbestimmung dann aufgetreten sind, dass sie sich ermächtigt haben, sozusagen teilzuhaben an der Demokratie. Und dass das aber wirklich ein Prozess gewesen ist, wo sie ganz bewusst diese neuen Möglichkeiten genutzt haben. Sie haben sich ein Stück Freiheit genommen und das war das Entscheidende damals. Und in dem Sinne gilt es auch heute, diese Freiheiten weiterzunehmen. Und in Berlin, das ist die Hauptstadt der Demonstrationen, wenn man so will, in Deutschland finden ständig Demonstrationen statt. Und gerade die Herausforderungen der aktuellen Corona-Pandemie zeigen, zu sagen, wie wichtig es ist, dass demokratische Grundregeln da sind, dass man auch gegen die Maßnahmen der Regierung protestieren kann, dass es halt wichtig ist, dass der beste Weg, sagen, der Gestaltung der Gesellschaft gesucht wird, gemeinsam in demokratischen Strukturen. Und dass hier sozusagen die Regeln der Demokratie natürlich das ermöglichen, dass alle gehört werden. Aber dass natürlich auch Entscheidungen getroffen werden müssen und Wege gegangen werden, die nicht jedem passen. Also Meinungsfreiheit heißt nicht, dass die eigene Meinung, sozusagen, dann am Ende sich durchsetzt. Sondern Meinungsfreiheit heißt, dass es ein Streit der Argumente gibt, welcher Weg der geeignetste ist. Und dass natürlich dann auch Mehrheiten, sozusagen, am Ende entscheiden. Und aber Demokratie auch immer wieder auf dem Prüfstand ist, weil die Demokratie ist so gut, wie die Mehrheit mit der Minderheit umgeht. Ja, lieber Herr Yang, Sie haben da gerade dieses... Ja, okay. Ich höre Sie nicht, Herr Demers. Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja. Okay. Entschuldigung. Wir wollen die Zuschauer auch noch zu Wort kommen lassen. Und ich dachte, bevor wir das machen, können Sie vielleicht noch ein kurzes Schlusswort finden. Und zwar zu dem Thema der Rolle von Archiven bei der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen. Dazu gibt es noch ein Thema in dieser... Eine eigene Veranstaltung dieser Veranstaltungsreihe am 16.06. Also deshalb vielleicht nicht zu ausschweifend werden, aber schon mal so ein bisschen anteasern, ja, dieses Thema. Rolle von Archiven bei der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen. Und danach kommen wir dann zu den Fragen der Zuschauer. Herr Schee, bitte. Herr Schee, vielleicht zuerst. Herr Yang. Professor Schee, bitte. Ja, okay, gut. Also wir haben jetzt am Beispiel von Deutschland haben wir gelernt, was es gemacht werden sollte. Und das ist eine der wichtigsten Arbeiten ist, die Dokumente zu behalten, zu bearbeiten, zu archivieren, sodass die Wirklichkeit an den Tag geführt werden kann. Meiner Ansicht nach als Vorbereitung für Versöhnung zwischen Täter und Offen. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, dass diese Arbeit geleistet werden kann. Und wir haben es vor kurzem damit angefangen. Und ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit mit uns, mit Herrn Yang, mit Frau Kaminski und so weiter, dass die Zusammenarbeit sich vertiefen wird, sich intensivieren wird. Dann würden wir sozusagen mit mehr Erfolg die Vergangenheit auch arbeiten können. Und ich persönlich würde sehr, sehr großen Wert darauf legen, auf diese Zusammenarbeit. Ja genau, da denke ich, kann ich anschließen. Es ist sozusagen immer wichtig, dass man gut im Austausch ist. Und da sind Archive natürlich ein wichtiger Beitrag. Auch das Stasi-Unterlagen-Archiv als Teil des Bundesarchivs, das steht nicht nur Deutschen zur Verfügung. Das steht der Welt sozusagen offen. Und in dem Sinne stellen wir natürlich die Akten auch zur Verfügung. Auch Studenten aus Taiwan oder alle, die sozusagen hier in diesem Archiv forschen wollen. Für mich sind Archive eine wichtige Säule der Demokratie. Sowohl das, was an Unrecht geschehen ist, Dokumente des Unrechts, die wir in so einem Menschenrechtsarchiv als das wir uns verstehen, zur Verfügung stellen. Aber auch diese Archive sind ja auch Zeugnisse des Freiheitswillens von Menschen. Auch das ist wichtig. Und dazu kommen natürlich viele, viele andere Archive. Selbst die Archive der staatlichen Institutionen in einer Diktatur sind wichtig zur Verfügung zu stellen. Und natürlich auch die Archive der Opposition. Wir haben gerade hier auf dem Campus für Demokratie eines der wichtigsten Archive der DDR-Oppositionen. Die Robert-Habemann-Gesellschaft hat hier die Zeugnisse der Oppositionen im Archiv und stellt sie zur Verfügung. Das sind Flugblätter, das sind Samestatzeitschriften, das sind Briefe, das sind Nachlässe von Oppositionellen, die auch schon gestorben sind. Das heißt, hier ist wirklich ein Archiv, was einen besonderen Wert hat, auch für die nächsten Generationen. Und in dem Sinne werden wir dann auch immer, sowohl bei uns als auch in der Robert-Habemann-Gesellschaft, kommen halt auch die ausländischen Gäste und informieren sich hier gerade über das, was sozusagen in den Archiven bereitgestellt wird. Was mir wichtig ist, ist bei Archiven auch immer, dass wir so sagen, als eine Einrichtung fungieren, wo wir Wissen bereitstellen, wo sich Wissen auch erarbeitet werden kann. Und dass wir nicht hier ein Geschichtsbild vorgeben, dass wir keine Deutung von Geschichte vorgeben und den Menschen sagen, was sie zu denken haben, sondern dass sie mit Hilfe dieser Quellen arbeiten kann. Und natürlich müssen Quellen infrage gestellt werden. Das, was hier in den Stasi-Akten zu lesen ist, das hat die Stasi aus ihrem Blickwinkel aufgeschrieben. Das ist der Blickwinkel einer Geheimpolizei. Und so ist auch das Archiv der Opposition eine gewisse Gegenüberlieferung, wo dann die Forscher natürlich abwägen müssen, welchen Wert hat welche Quelle, wer hat was mit welchem Ziel aufgeschrieben. Das sind alles Fragen dann der Arbeit, der Erforschung der Gesellschaft mithilfe dieser Akten. Aber das Entscheidende ist, dass die Akten da sind, dass man darauf zurückgreifen kann, neben Zeitzeugen, neben anderen Quellen. Und hier damit auch möglich ist, ganz gezielt sozusagen die Vergangenheit zu erkunden, um halt auch Gegenwart zu gestalten. Vielen Dank für diese Wortmeldung. Wie gesagt, am 16.06. gibt es dazu eine eigene Veranstaltung genau zu diesem Thema. Wir hoffen, dass Sie da auch wieder dabei sind. Zu den Fragen der Zuschauer. Wir haben eine Frage, die bezieht sich auf den Vertrag, der geschlossen wurde zwischen der deutschen Seite und der taiwanischen Seite. Und zwar, ich dachte, also der Zuschauer fragt, ich dachte dadurch, dass es leider keine diplomatische Beziehung zwischen Taiwan und Deutschland gibt, ist so etwas verboten. Wie ist es gelungen, so etwas möglich zu machen? Wie lief das genau ab? Und welchen Personen verdanken wir dieses positive Signal? Und was haben Sie in den letzten Jahren in dieser Kooperation so zustande gebracht? Ja, wir haben... Ja, bitte, Herr Schee, bitte. Erstens, Taiwan vielleicht hat sich keine diplomatische Beziehung mit Deutschland, so wird behauptet. Ich sage es aber immer, Taiwan vielleicht keine völkerrechtliche Beziehung mit Deutschland, aber diplomatische. Man kann darüber streiten, aber das ist meine Ansicht, denn in der Tat, also das kann ja so laut sagen, ich habe freien Zugang zum Außenwürdigen Amt. Nur natürlich, der Heilkommas als Außenwürdiger, der würde mich nicht empfangen, aber ich habe freien Zugang dahin. Ich werde abgeholt, wenn man einen Termin vereinbart hat. Also es gibt doch diplomatische Zusammenarbeit, auch wirtschaftliche, enge Zusammenarbeit, kulturelle Zusammenarbeit und was zum Beispiel Themen wie Vergangenheitsausarbeitung, da stand und steht nichts im Weg. Es wird sogar auch vom Auswärtigen Amt gefördert und aus dem Grund, das ist sozusagen humane Zusammenarbeit. Dem so nichts entgegenstehen, auch politische Hinweise darf es in diesem Mal nicht geben, Tabus gibt es hier nicht. Das war eigentlich krib und klar für mich, der ich ja seit fünf Jahren, das erste Mal zwei Jahre hier in Deutschland mit der Bundesregierung, mit auswürdigen Amten, die ich ja zusammengearbeitet habe. Das war überhaupt kein Problem. Und natürlich muss ich hier noch Frau Kaminski und Jan danken. Ja, also... Ich möchte noch kurz zusammenfassen, was genau in der Kooperation gemacht wurde. Wir haben einfach schriftlich das fixiert, was wir praktizieren. Und uns war wichtig, dass das auch formal dokumentiert ist. Und der Bundesbeauftragte in Deutschland, also der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, ist sozusagen direkt gewählt vom Parlament und ist in seinem Handeln, not im Gesetz sozusagen verpflichtet. Und in dem Sinne war mir das auch ein persönliches Anliegen, zu sagen, wir wollen zusammenarbeiten mit dem Kulturministerium in Taipei. Wir wollen klar und deutlich diese Zusammenarbeit dokumentieren. Wir sehen hier die Kulturministerin bei meinem Besuch in Taipei im Menschenrechtszentrum. Und das, was wir sozusagen machen, gegenseitig lernen voneinander, das sollte auch schriftlich formuliert werden, weil wir damit auch unseren Respekt ausbezeugen vor dem demokratischen Weg in Taiwan. Weil dieser Weg in Taiwan ist etwas, was auch ein Signal ist, sagen wir ganz Asien. Es ist eine demokratisch gewählte Regierung in Taiwan. Dort gibt es demokratische Institutionen, die sagen, das Land prägen. Und das haben wir auch mit dieser Vereinbarung zum Ausdruck gebracht. Respekt vor der Demokratieentwicklung in Taiwan. Und auch Anerkennung, dass sie den Weg der Aufarbeitung der Diktatur in Taiwan zumindest begonnen haben. Dass sie Schritt für Schritt vorankommen und dass wir weiter bereit sind, sie dabei zu unterstützen. Kann ich mal kurz einen Satz hinzufügen? Okay, ganz schnell. Ja. Deutschland, ihr kennt die Volkskrise in China an und ihr kennt Taiwan daher ja Vögelrecht nicht an. Aber ich habe immer gesagt, unser Problem ist, wir haben ein Problem mit Staatsrecht und China hat ein Problem mit Rechtsstaat. Unsere rechtsstaatliche Entwicklung ist stark unterstützt von der Bundesregierung, vom Bundestag und von Persönlichkeiten wie Roland Yang. Und diese Zusammenarbeit gehört dazu. Genau, und es braucht natürlich auch Unterstützung. Wir haben die Vorsitzende des Kulturausschusses des Deutschen Bundestags, Katrin Butte, die das Ganze unterstützt hat. Wir haben Klaus-Peter Wilsch, sozusagen von der Bundestagsgruppe TTP-Freunde, die das unterstützen. Also hier bedarf es natürlich auch einiger Akteure in Deutschland, die unabhängig von Fragen der diplomatischen und staatsrechtlichen Betrachtung hier aktiv sind, weil sie auch diesen Weg der demokratischen Entwicklung in Taiwan anerkennen wollen. Und ich glaube, da gibt es viele, viele andere Menschen auch in der Bundesrepublik Deutschland, die auch das, was in Taiwan gemacht wird, unterstützen. Und in der Hinsicht, denke ich, ein Land, was für Menschenrechte eintritt, ist immer unterstützenswert. Genau, und vielleicht für den Zuschauer noch ganz konkret. Unsere heutige Veranstaltung ist ja auch ein Ergebnis dieser Kooperation. Dann haben wir noch zwei weitere Fragen, die man vielleicht zusammenfassen kann. Und zwar geht es um die Akteneinsicht in Taiwan. Also in Deutschland können vom Antrag auf Einsicht in die Stasi-Unterlagen bis zur Akteneinsicht ein bis zwei Jahre vergehen. Unter anderem aufgrund der zahlreichen Anträge. Wie sieht das in Taiwan aus? Können Sie ungefähr sagen, Professor Tzee, wie viele Anträge bisher gestellt wurden? Das habe ich leider nicht. Die Antwort habe ich nicht. Aber ich kenne einen sehr markanten Fall, einen signifikanten Fall. Das ist die Akten, die unsere Staatssicht sozusagen zu Akten gelegt haben. Da drin sind, ich glaube, das sind ein paar hunderte Seiten. Also von 2000 Seiten ist die Rede. Das ist die Akten über die DPP-Abgeordnete Feinstein, war die studentische Anführerin bei dieser Wirtlinie der Studentenbewegung 1990. Und sie durfte nicht wissen, wer aus ihrem Studentenkreis, Freundeskreis, sie bespitzert und auch Report geschrieben hat. Im Moment geht das noch nicht. Und auch viele, viele Professoren, mit denen wir zusammen, ich zusammen mit denen auf die Straße gegangen sind, die haben auch die Möglichkeit, einen Blick rein zu finden, in deren Akten. Aber genau, die dürfen jetzt noch nicht wissen, wer die bespitzert haben. Und das ist sozusagen die erste Hürde, die noch überwunden werden soll. Und wenn das dann, es ist immer noch ein Prozess, es ist immer noch eine Diskussion. Die Kommission für Sensational Justice ist gerade noch mal für ein weiteres Arbeitsjahr verlängert worden. Und wir haben auch dieses Menschenrechtsmuseum. Und ich glaube, in den nächsten Jahren würden wir einigermaßen erreichen können, was in Deutschland gemacht werden könnte. Aber ich kann das nur noch mal unterstützen. Das ist ein Prozess, der im Gange ist. Und ich glaube, dass auch hier die Erfahrungen in Deutschland hilfreich sein können. Weil ja gerade die Angst davor, dass es gesellschaftliche Konflikte bringt, wenn man erfährt, wer einen bespitzelt hat, wer einen verraten hat, wer ihn vielleicht ins Gefängnis gebracht hat. Das sind ja Erkenntnisse, die natürlich auch zu Auseinandersetzungen führen können. Aber genau in Deutschland haben wir festgestellt, dass Transparenz hier auch ermöglicht, dass eine differenzierte Betrachtung stattfindet. Ein Spitzel ist halt nicht ein Spitzel. Ein inoffizieller Mitarbeiter der Geheimpolizei ist nicht dem anderen inoffiziellen Mitarbeiter gleich, sondern es muss genau hingeschaut werden. Warum hat jemand, sagen wir, als Spitzel fungiert? Hat er das aus ideologischer Überzeugung gemacht? Hat er das gemacht, weil er Geld dafür gekriegt hat? Oder ist er vielleicht auch erpresst worden? In welchen Zwängen war er? Auch das gibt es. Und das ist sozusagen hilfreich, wenn man aus den Akten erfährt, wer es war. Wenn man ihn auch zur Rede stellen kann. Wenn man im Gespräch hört, welche Zwänge gewesen sind. Und vielleicht sogar Verständnis dafür findet, dass er sich so verhalten hat. Es gibt viele, viele Dinge in den Akten, aber auch in den Gesprächen, wo man mitkriegt, wie das System insgesamt funktioniert hat. Und für mich geht es weniger um Schuld als mehr um Verantwortung, die Menschen für das tragen, was sie getan haben. Und wenn sich Menschen der Verantwortung stellen, dann kann man sozusagen auch mehr erfahren über das System und kann auch dafür sorgen, dass vielleicht auch vergeben werden kann. Und ich glaube, da ist durchaus die Erfahrung in Deutschland so, dass es am Ende den gesellschaftlichen Frieden gestärkt hat, als geschadet hat. Heute ist man in Taiwan wenigstens mit der Aufarbeitung der Vergangenheit so weit vorgedrungen, dass man festgestellt hat, dass zum Beispiel während dieses Jahr des White Terrors von der KMT Hauptquartieren eine Überseeabteilung gegeben hat. Und diese Überseeabteilung hat draußen, vor allem in den USA, aber in Japan und in Deutschland, in Frankreich, da haben die KMT-Studenten, die im Ausland studiert haben, aber gleichzeitig für diese KMT-Übersee-Auslandsabteilung gearbeitet haben, Leute, die im Ausland gegen das KMT-Regime demonstriert haben und Kritisches über das Regime zum Ausdruck gebracht haben. Da wurden Berichte geschrieben und aufgrund dieser Berichte wurde dann schwarze Liste aufgestellt von zu Hause. Und das damalige, leider, das damalige Auslandsvertretung von uns auswärtigen Hand haben, wie die Beweise sagten, auch eng damit zusammengearbeitet. Und diese Leute, die durften dann ihren Pass nicht mehr verlängern oder ihre Visum. Also für die Einheimischen, für die Landsleute gab es auch noch Visum und das Visum wurde dann nicht mehr verlängert. Und sie mussten dann draußen Jahre oder Jahrzehnte lang bleiben, auch wenn zu Hause Oma, Opa oder Papa mal gestorben sind, da dürfen sie nicht nach Hause. Und diese Auslandsabteilung von der KMT, da ist immer noch ein schwarzer Kasten, da ist noch nichts bekannt. Und ich glaube, denn viele von denen sind noch in der Politik aktiv. Und das ist das Problem. Und hätte ich gewusst, wer das gemacht hat, und der hätte sozusagen vor den Offen gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, damals dachte ich, das wäre patriotisch lieber. Ich gebe zu, das war nicht der Fall. Ich bitte um Entschuldigung. Der wird offizieren. Hoffentlich kommt dieser Tag noch. Wir sind optimistisch. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Wortmeldung. Wir haben heute gelernt, dass eine differenzierte Betrachtung der Vergangenheit wichtig ist und dass Vergangenheitsbewältigung nicht nur auf Grundlage von tagespolitischen Gründen gegen den politischen Gegner durchgeführt werden kann. Aber erst wenn die Wahrheit wirklich ans Licht kommt, können auch die gesellschaftlichen Bunden heilen. An der nächsten Veranstaltung der Reihe Archive im Fokus können Sie am kommenden Mittwoch unter der gleichen Internetadresse teilnehmen. Alle Informationen zu weiteren Terminen finden Sie auf den Webseiten der Robert-Havermann-Gesellschaft und des Stasi-Unterlagen-Archivs. Morgen, am 27. Mai, geht es auf diesem Kanal um die gleiche Uhrzeit weiter mit einer Veranstaltung der Reihe Jugend in der Diktatur. Und zwar mit dem Titel Too Much Future, Punk Rock GDR 1980-1989. Dabei geht es um die Punk-Bewegung in der Deutschen Demokratischen Republik. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.